Umwelt, Familie, Ernährung, Verteidigung, Bildung, Tourismus, Wirtschaft. Viele Themen im Superwahljahr 2021. Amelie Marie Weber von der Funke Zentralredaktion fragt sich, wie können wir junge Menschen mit politischen Inhalten erreichen und welche Fragen stellen sich Erstwählerinnen und Erstwähler vor diesem ersten aufregenden Gang an die Wahlurne? Die Social Media Expertin gründet den TikTok-Kanal Du hast die Wahl. TikTok ist die beliebteste App bei der Generation Z, bei Menschen zwischen 14 und 25 Jahren und wer diese junge Zielgruppe erreichen möchte, kommt an TikTok nicht vorbei. Auf dem Videoportal will sie jungen Leuten, besonders Erstwählenden, eine Orientierung in der Welt der Politik bieten. Ich glaube, dass Politik und Demokratie sehr viel Spaß machen können, sehr unterhaltsam sein können und das will ich damit beweisen. Amelie Weber kümmert sich um Recherche, Planung, Moderation, Dreh, Schnitt und Community Management. Unterstützt wird sie von Kollegin Carolin Enders. Was TikTok-Videos brauchen? Schnelle Schnitte, lustige Effekte, auch möglichst unterhaltsam sein und vor allen Dingen so kurz wie möglich. Es ist eine Kurzvideoplattform. Mit bis zu drei Millionen Views sind die Politikerinterviews besonders beliebt bei den rund 70.000 Followern. Ich wollte sowas wie die große Schwester sein, die die Erstwählerinnen und Erstwähler an die Hand nimmt und sie sozusagen mit in die Welt der Politik nimmt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017